Bevor das Video beginnt, folgt alle dem Storb-Klanen-Minecraft. Ab geht's. Jo, meine Lieben, es ist Schabau und es ist wieder ein neues Video. Ja, ich bin zurück. Yay. Ja, Leute, Themenvideo mit Quiz-Game-Hintergrund, weil ich so krass in Minecraft bin. Yes. Yes. Ja, Leute, ich bin zurück, wenn man das so nennen kann. Ich war ja zwei Wochen lang, habe ich nichts gemacht oder vielleicht war ich faul und habe das Video auch erst eine Woche später hochgeladen und es sind mittlerweile schon vier fucking Monate. Auf jeden Fall, Leute, stellt euch bestimmt die Frage. Uh, warum sind denn keine Videos von dir erschienen? Ja, Leute, ich könnte euch einen Scheiß erzählen, wie jeder Opfer-YouTuber. Uh, die Schule hat so viel von meinen Leistungen abverlangt. Ich musste meine Quedenzen herausragend erfüllen, damit ich mit 1,0 durch alle meine Prüfungen komme. Aber fuck, nein. Fuck, nein. Ich hatte einfach keinen Bock. Alter. Ich lag da hinten in meinem Bett drin, Netflix, Essen, alles jeden Abend und hab gechillt, Alter. Gechillt. Ich hatte einfach keinen verfickten Bock. Hier habt ihr es. Da. So, da, 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 da wir jetzt geklärt haben, warum ich weg war, können wir jetzt klären, dass ich wieder zurück bin. Und, ja, Mann. Jeden Tag ein Video. Ab heute. Komm in die WhatsApp. Brodi, Lamborghini. Ja, ihr seht schon, es ist ja auch schon seit langem nicht mehr jeden zweiten Tag ein Video gekommen. Ja, ist halt so, ne? Deswegen denke ich mir, Leute, ich will schon so ein, zwei Videos in der Woche machen. Zwei, wenn super, ein Zoll auf jeden Fall kommen. Wenn nicht, beleidigt mich in den Kommentaren. Ich hab auf jeden Fall krasse Ideen. Passt auf, ich hab mir Spickzettel gemacht. Hier. Kann man das lesen? Hallo? Ne. Eine Ewigkeit später. Bin ich los? Okay, man kann das nicht lesen, aber ich lese euch das vor. Video Format. From old to gold. Alte Videos geil machen. Das ist doch eine super Idee. Aber hey, ich bin wieder back. Mit geilen Stuff, geilen Zeug. Das schönste Themenvideo. Und das war's. Haut rein. Macht's gut. Und tschau.